Es gibt viele Orte zum Wohnen, viele Orte zum Arbeiten und viele Orte zum Leben. Aber worauf kommt es eigentlich an? Wenn man seinen Job findet, sich für ein Studium entschlossen hat, einen Ort mit Geschichte, einen mit Bildungsangeboten, einen Ort zum Genießen, einen Platz mit einer sportlichen Seite, mit einer kulturellen Seite, einen für jedes Alter. Einfach einen Ort, an dem man gerne leben möchte, von dem die nächste Auszeit nur Minuten entfernt ist, von dem aus man die Welt entdecken möchte, wenn man seine ersten Abenteuer in einer liebevollen Umgebung erleben kann, wenn man trotz Handicap barrierefrei unterwegs ist, dann wohnt man mehr als nur zur Miete, wenn man seit vielen Jahren den gleichen Vermieter hat. Dann hat man, was man sein Zuhause nennt. Sichern Sie sich jetzt Ihre neue Wohnung und konfigurieren Sie diese individuell nach Ihren Wünschen. Mehr Informationen zu Ihren Bauvorhaben und zu freien Einheiten erhalten Sie unter www.wohnpark-raba.at Wir denken stets an unsere Bewohner. Wir bereiten sie vor. Wir sind Menschen. Wir sind Wohnpark-raba. Wohnpark-raba.